Also andere Eltern könnten von meinen Eltern lernen, dass man sich über ihre Kinder informiert, also über zum Beispiel Jugendliche, dass man auf sie eingeht, dass man auch mal Kompromisse abmacht und dass man nicht immer das Gefühl hat, dass das Kind zum Beispiel, wenn man Streit hat, die Schuld hat, sondern dass man auch von den Eltern aus sagen kann, zu mir leid, ich habe auch etwas Blödes gesagt oder einen Fehler gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020